Ich kann auf schnelle und einfache Art Text in Tabellen ausrichten. Ich mache jetzt hier mal diese Zeilen etwas größer und man sieht hier dann deutlich, der Text ist automatisch nach links oben ausgerichtet und ich kann aber auch jetzt hergehen und sagen, unter Layout, Ausrichtung, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten der Ausrichtung. Das wäre also jetzt mittig ausgerichtet, aber noch linksbündig. Hier könnte ich sagen Mitte Mitte und hier rechtsbündig Mitte. Das kann ich auch sagen hier rechtsbündig und unten ausgerichtet. Rechtsbündig oben ausgerichtet, also man sieht hier, hier habe ich schon mal das vorbereitet, Ausrichtung, Zentrierung und dann links und aber unten ausgerichtet. Es gibt noch was und zwar die Textrichtung in einer Tabelle kann ebenfalls geändert werden. Ich kann hier also unter Tabellentools, Layout, kann ich hier auf Textrichtung klicken und dann habe ich hier eine andere Textrichtung in der Tabelle. Hier ganz normal und rechts dann von der anderen Seite lesbar. Was leider nicht geht, ich kann die Schrift nicht auf den Kopf stellen, ich habe nur praktisch diese drei Möglichkeiten der Textrichtung.